Na, hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um dieses schicke Rochen-Mount hier. Das ist einmal die Schattenflammen-Schieferschwinge, hier oben seht ihr das nochmal. Und ja, worüber gibt es die? Die gibt es über ein Meta-Achievement. Und das ist einmal hier dieses Meta-Achievement, Ruhm des Schlachtzüglers von Avaros. Und dafür müssen wir insgesamt neun Unterfolge erwirtschaften. Und die sind, naja, wer hätte es gedacht, bei den neuen Bossen in Avaros einmal zu erspielen. Das Ganze könnt ihr in jeglicher Schwierigkeitsstufe machen. Ich persönlich würde euch empfehlen, das Ganze im Normal anzugehen. Und ich würde sagen, schauen wir uns noch das Mount-Special an, bzw. ja, gut, von den Rochen-Mounts kennen wir das schon. Dann würde ich sagen, schauen wir in die G-Fins rein und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem kleinen Guide. Dann kommen wir zum ersten Erfolg. Und zwar heißt er entrüstet. Und für diesen müssen wir folgendes machen. Besiegt Katsara die höllengeschmiedete in Avaros Schmelztiegel der Schatten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr eure eigene Höllen-Stahlpanzerung zertrümmert habt. Und wie geht es jetzt? Als allererstes müsst ihr euch einen Debuff holen. Das macht ihr, indem ihr, wenn ihr in den Raum reingeht vor Boss, einmal euch nach rechts dreht, in so einen kleinen Lava-Pool reinschwimmt und dann ist unten in dem Lava-Pool, da müsst ihr ein bisschen runtertauchen, eine Orb. Die klickt ihr an und dann kriegt ihr einen Debuff. Das müssen übrigens alle aus dem Schlachtzug machen, bzw. alle, die halt dementsprechendes Achievement haben wollen. Sobald ihr den Debuff habt, bekommt ihr stetig Schaden. Der hält insgesamt 10 Minuten und nachdem ihr ihn geholt habt, solltet ihr halbwegs zügig den Boss pullen, denn ihr müsst ihr halt die ganze Zeit den Debuff aushallen. Und ja, was müsst ihr dann machen? Naja, ihr müsst euch einmal von dem Breath vom Drachen anhusten lassen und sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr einen anderen Debuff. Und sobald ihr das geschafft habt, habt ihr eigentlich die Voraussetzungen erfüllt für das Achievement. Danach müsst ihr den Boss nur noch umbringen. Wichtige kleine Information, wenn ihr durch das Ganze sterben solltet, und heißt, wenn ihr ihn durch den Breath verreckt, dann ist es nicht so schlimm, denn ihr kriegt trotzdem den zweiten Debuff und habt das Kriterium erfüllt. Und wenn der Boss dann von den anderen Spielern getötet wird, kriegt ihr dementsprechend auch das Achievement. Dann kommen wir zum zweiten Erfolg. Und zwar haben wir hier das Achievement. Ich mache meine eigene Schattenflamme. Und für diese müssen wir folgendes machen. Besiegt die Schattenflammenverschmelzung im Avarus Schmelztiegel der Schatten auf dem Führigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Umbraldetonation folger Meteor und sengendes Zwielicht bei einem vergessenen Probenbehälter eingesetzt habt, um ein Schattenflammenrelikt zu erzeugen und auszulöschen. Ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Ihr müsst erstmal so einen Probenbehälter finden. Und der ist natürlich beim zweiten Boss. Und wir haben den hier in der Ecke quasi gefunden. Und was macht er jetzt? Naja, ihr pullt den Boss. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir beide Bosse, wie ihr hier gerade sehen könnt, zusammen pullen und pullen den jetzt hier in die Ecke zu dem Probenbehälter. Ihr könnt natürlich auch die normale Taktik spielen und die auseinanderziehen. Im Normal geht es eigentlich mit Halbwegsgier. So, jetzt ist es so, dass wir diese Kreise haben, die ihr hier seht. Und die müssen wir jetzt gucken, dass wir einen auf den Behälter bringen. Ihr seht, einer von diesen Kreisen ist jetzt auf dem Behälter drauf und hat die Void hinterlassen. Und jetzt ist der Behälter lila geworden. Heißt, die erste Fähigkeit haben wir jetzt dementsprechend schon auf den Behälter drauf gehauen. Wie gesagt, ihr könnt die Bosse auseinanderziehen, das ist nicht das Problem. So, jetzt haben wir den vom gelben Elementar, den Soak. Und den haben wir quasi auch auf dem Behälter drauf gehabt. Heißt, wir haben die zweite Fähigkeit hier reingehauen. Und dementsprechend ist der Behälter jetzt sowohl gelb als auch lila Farben. Also das geht zueinander über. Also quasi haben wir jetzt die ersten beiden Fähigkeiten drauf. Wichtig ist, ihr dürft den Boss nicht sofort in die Phase hauen. Also in die zweite, wo sie quasi verschmelzen und zu einem Elementar werden. Weil sonst hatten wir schlichtweg die Problematik, dass sie die Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Also dementsprechend die beiden müsst ihr reinkriegen. Heißt, ihr müsst auf jeden Fall den gelben im Optimalfall zum Behälter ziehen. Und den lilanen könnt ihr natürlich auch ein bisschen weglassen und dann einfach mit der Void hinlaufen. Und sobald ihr das jetzt habt, dass ihr dementsprechend beide Fähigkeiten rein habt, könnt ihr den Boss in die Phase hauen. Und jetzt ist es so, dass wir die dritte Fähigkeit drauf hauen müssen. Und das ist einfach hier, wie ihr seht, dieser Kreis in der zweiten Phase. Da müsst ihr einfach auch wieder hinlaufen, die Void quasi explodieren lassen auf dem Behälter. Und jetzt, wenn ihr alle drei Fähigkeiten drauf habt, spawnt hier das kleine Schattenflamm-Relikt. Das kann ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Das könnt ihr einfach wegbrezeln. Das solltet ihr töten, bevor ihr den Boss umbringt. Also das ist wichtig. Erst das Ed töten, dann den Boss. Und ja, das war es eigentlich schon. Mehr müsst ihr für Sitchiefe nicht machen. Heißt, wenn ihr auch die Taktik spielt, wie wir, dass es einfach am Anfang zusammenzieht, ist es eigentlich relativ easy machbar. Gut, dann schauen wir uns das nächste Achievement an. Dann kommen wir zum dritten Erfolg. Und zwar heißt er einmal Tabula Rasa. Für diesen müsst ihr folgendes machen. Bezwingt die vergessenen Experimente in Avaros Schmelzziegel der Schatten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Nachdem er natural dreimal von Verwunden der Angriff, flüchtige Galle und tiefer Atem getroffen wurde. Wo finden wir den NPC? Den müssen wir nämlich als allererstes mal anquatschen. Dafür gehen wir hier rein. Und zwar hier in dem Gang zu den Experimenten hoch haben wir hier hinten in der Ecke etwa hier einen Mob stehen. Den müsst ihr anquatschen. Dann kommt er nämlich erst mit. Und den brauchen wir nämlich im Kampf. Und zwar habe ich das hier gerade auch schon mal mit aufgenommen. Also ihr seht da hinten ist der Kollege, den quatschen wir an. Und dann läuft er hier mit hoch in den Bossraum. Und oben im Bossraum, da brauchen wir ihn dann im Kampf. Sobald der NPC dann oben steht, ist es so, dass ihr den Bosskampf beginnen könnt. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der verschiedene Effekte abkriegt. Beim ersten von den drei Bossen muss er quasi von diesem Ansturm getroffen werden. Und ja, ihr solltet mal schauen, dass ihr aufpasst wo er ist und euch dann dort hinstellt, dass er dementsprechend hier von den Pfeilen quasi getroffen wird. Also sprich, der Charge muss durch den NPC durchgehen. Und wenn das klappt, dann bekommt ihr eine Aufladung. Da könnt ihr ihn quasi auch anklicken. Und dementsprechend müsste es dreimal klappen. Wir hatten hier ein bisschen Probleme tatsächlich. Und zwar ist die Problematik, dass das relativ oft backt. Und dass der Typ leider im letzten Moment dann immer wegrennt. Heißt, ihr müsst da echt ein bisschen auf Zack sein, dass ihr euch quasi so hinstellt, dass er durchchargt. Dieser Ansturm, der kommt, ich glaube, alle 30 Sekunden oder so. Also ihr habt da einiges an Zeit. Ihr solltet den Boss auch am besten nicht großartig runter dpsen. Ihr seht, jetzt kommt nochmal der Ansturm. Hier sind diese komischen Pfeile. Müssen wir dann dementsprechend zu dem Mob hinlaufen und ihn da durchchargen lassen. Und wenn es klappt, ich habe da so ein Add-on, das zeigt das an. Dann braucht ihr aber auch nicht unbedingt, denn wenn ihr auf ihn draufklickt, seht ihr, ihr kriegt hier auch einen Debuff. Und dieser Debuff stapelt auch hoch. Er muss quasi dreimal diesen Debuff haben. Sobald er dreimal diesen Debuff hat, könnt ihr quasi hergehen und den Boss in die nächste Phase hauen. Sobald ihr dann den ersten Boss besiegt habt und der zweite kommt, müsst ihr gucken, dass ihr mit allen Spielern am besten in der Nähe von dem Kollegen steht. Denn wir müssen ihn jetzt von diesen Einschlägen treffen lassen. So wie ich das gesehen habe, kann immer nur in einer Einschlagphase der von einem Ding getroffen werden. Heißt, alle auf einem Punkt stehen, macht keinen Sinn, weil der Typ rennt halt wie so ein blöder Hin und Her. Heißt am besten, da wo der etwa steht, großzügig spreaden mit den Leuten, sodass ihr quasi einen größeren Teil von dem Raum abdeckt. Hier seht ihr das, wir teilen uns ein bisschen auf und dann wird er schon von einem von diesen Dingern getroffen. Das ist jetzt hier wesentlich einfacher. Also ihr könnt eigentlich hier voll durch DPSen in der zweiten Phase, weil da kann man relativ leicht mit treffen. Die erste Phase ist da deutlich schwerer, würde ich behaupten. Sobald ihr dann auch den zweiten Boss besiegt habt, kommt ihr in die letzte Phase und hier wird es jetzt wieder ein bisschen tricky. Und zwar müssen wir ihn von seinem Atem treffen lassen. Er hebt ihr alle paar Sekunden ab, atmet einmal über die Plattform, erst von der einen auf die andere Seite und dann wieder umgekehrt. Und ja, hier müssen wir auch ein bisschen gucken, denn den Breath können wir baiten. Heißt, wir können ein bisschen steuern, wo der kommt. Dementsprechend stellt er euch so auf, dass ihr alle in der Nähe von dem NPC steht. Seht ihr, jetzt kauert er gerade am Boden. Wir laufen aus dem Breath raus. Das hat einmal gezählt und jetzt kommt er von der anderen Seite wieder und er hat direkt nochmal einen mitgenommen. Wir hatten es auch teilweise einmal, dass er irgendwo am Rand an einem Tor verpackt ist. Bis dahin geht der Breath nicht. Dann müsst ihr euch ablegen und das Ganze neu machen. So war es bei uns leider auch. Aber solange der hier in der Mitte rumgut, wenn ihr euch etwa da hinstellt, wo er steht, dann kriegt ihr den Breath da auch drauf. Und ja, so wie es bei uns war, dann teilweise auch zwei mit einem quasi Atemzyklus. Genau. Mehr ist es nicht. Sobald ihr alle drei Buffs auf ihm drauf habt, und zwar dreimal, könnt ihr ihn dementsprechend umbrezeln. Das seht ihr, wenn ihr auf dem NPC draufklickt. Da seht ihr einmal die Buffs, beziehungsweise ihr seht das Ganze auch, wenn ihr das Achievement rausgezogen habt. Hier seht ihr das. Wenn die alle drei weiß sind, dann könnt ihr ihn umhauen. Mehr ist es dann auch nicht. Gut, dann schauen wir zum nächsten weiter. Dann kommen wir zum vierten Erfolg. Und zwar schimpft sich der, strengt ihr euch überhaupt an? Und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Bezwingt den Angriff der Zwakili in Aberos Schmelztiegel der Schatten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr folgende Kehrtouren mit einem Höhlenkiesel angegriffen habt. Und das sind insgesamt sechs Stück. Und wo ihr die findet, beziehungsweise wie das funktioniert, will ich euch mal zeigen. Als allererstes müsst ihr natürlich in diesen Bossraum, wo wir hier einmal runterschauen können in die Landschaft. Und hier gibt es verschiedene Mobs, die wir abschließen müssen. Da haben wir einen Mammut. Dann haben wir da unten so eine kleine Glutmaus. Ich markiere die hier gerade schon. Und da, wo die Glutmaus rumläuft, im Normalfall, hier wäre auch noch ein dritter Mob. Der ist aber leider verbuggt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Wenn ihr den Boss einmal versehentlich resettet, dann buckt der Mob zumindest aktuell noch. Und ihr könnt ihn, ja, müsst dann einmal die Instanz resetten, dass er wieder da ist. Warum auch immer. Also besten resettet den Boss nicht. Ihr seht, jetzt habe ich die anderen fünf hier schon mal gemarkt. Die zwei Schnecken, die Maus, das Mammut, ne. Also die haben wir hier schon mal alle. Und wie gesagt, hier würde dieser Belagerungstyp noch rumlaufen. Aber der ist jetzt hier in der Aufnahme leider verbuggt. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, ne. Und die müssen wir jetzt dementsprechend einmal abwerfen. Und wie das funktioniert, würde ich sagen, schaut mal jetzt mal rein. Sobald ihr den Bosskampf begonnen habt, ist es ja so, dass ihr erstmal in der Mitte den Boss ein bisschen unterhaut. Und dann euch auf die zwei Seiten aufteilt. Hier ist es dann so, dass wir nach ein paar Sekunden so kleine Felsbrücken auf den Boden gedroppt bekommen. Die können wir dann aufsammeln. Das dauert jetzt noch einen Ticken. Da haben wir die Einschläge. Und ihr seht ja, hier haben wir diese Teile. Die können wir nämlich einmal einklicken. So, jetzt haben wir dann einen extra Button. Die könnten wir theoretisch runterschmeißen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Und zwar müssen wir uns jetzt noch von einer Fähigkeit treffen lassen, um die quasi ein bisschen klein hitten zu lassen. Und das ist dieser Frontal vom Boss. Da stellen wir uns rein und ihr seht, jetzt ist quasi die Fähigkeit hat sich geswitcht und wir haben jetzt einen anderen extra Button. Den extra Button können wir klicken und schmeißen es aufs Mammut drauf. Auf dementsprechend die zwei Schnecken, dieses kleine Maus und auf diesen Belagerungstypen, der da unten rumlaufen sollte. Aber wie gesagt, bei uns war der verbuggt, nachdem wir den Boss einmal resettet haben. Der war aber dann wieder da, sobald wir die Instanz einmal resettet haben, mussten wir halt den Trash dann nochmal machen und konnten ihn dementsprechend mitnehmen. Sobald ihr alle sechs einmal abgeschmissen habt, also es muss nicht ein Spieler machen, das können verschiedene machen, ihr könnt auch öfter schmeißen, so wie ich das gesehen habe, habt ihr die Voraussetzungen erfüllt. Das Achievement wird dann auch weiß. Ihr seht hier an der Seite, ihr seht auch, welche abgeschmissen worden sind. Und ja, sobald es durch ist, könnt ihr ganz normal den Boss runterspielen und habt dementsprechend eine Chiefwind mehr eingetütet. Dann kommen wir zum fünften Erfolg und zwar schimpft sich der Hau den Flunk und dafür müssen wir folgendes machen. Besiegt den ältesten Rashok in Avaros Schmelztiegel der Schatten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr den verlorenen Oshii fünfmal mit sängendes Schmettern angegriffen habt. Und das ist jetzt eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Wir müssen einmal einen Hebel drücken und zwar wenn ihr in den Bosskampf reinkommt, dann hier rechts, man sieht es vielleicht schon ein bisschen, da ist ein Hebel. Auf den könnt ihr draufklicken. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt so ein Frosch runtergesprungen, das ist dieser hier und ja, den könnt ihr nicht angreifen, der greift euch auch nicht an. Der ist im Endeffekt einfach so, ja, halb neutral würde ich sagen und der springt hier einfach nur wild rum. Jetzt ist es so, dass wir den quasi runterhauen müssen, indem wir verschiedene Fähigkeiten oder beziehungsweise eine Fähigkeit auf ihn draufkriegen und ihr seht schon dieser große Kreis, wo dann diese Feuerfontäne kommt. Wenn die ihn trifft, dann zieht es ihm 20% Leben ab. Und dementsprechend muss er fünfmal von der Fähigkeit getroffen werden. Das fiese an der Angelegenheit ist, der springt halt immer hin und her. Heißt, es kann sein, dass ihr diesen Kreis kriegt und zu ihm hinläuft und bevor der Boss drauf springt, eine Sekunde vorher, springt er weg. Also da muss man echt auf Zack sein. Am besten wartet man seinen Sprung ab und pullt dann erst. Dann kann man nämlich die Fähigkeit so ein bisschen besser timen, weil die kommt ja vom Boss immer gleich. Und sonst ändert sich hier eigentlich im Bosskampf nichts. Was ein bisschen gefährlich ist, teilweise springt der Frosch auch natürlich in die alten Feuersäulen, nenne ich es jetzt einfach mal, rein. Und wenn ihr dann zwei aufeinander stackt, dann verursachen die extremen Raidschaden. Dann, das kann man schon gegenheilen mit gutem Raid, das endet dann auch nach ein paar Sekunden, aber da muss man ein bisschen aufpassen tatsächlich. Hier habt ihr es jetzt gerade nochmal gesehen, hinten war der Frosch gerade, ne. Und der Spieler ist richtig hingelaufen, im letzten Moment ist er wieder rausgesprungen. Also das ist teilweise ein bisschen deprimierend, das Achievement, ne, wenn er immer weg springt. Schwer ist es aber ehrlich gesagt nicht. Und ihr könnt euch einfach ein bisschen Zeit lassen, ihr könnt ja den Boss bis zu dreimal in die Mitte ziehen. Und dementsprechend nach dem dritten Mal ist das Ding weg. Spätestens dann solltet ihr es dementsprechend geschafft haben. Und ihr seht, da kommt es gerade wieder, er ist gerade gesprungen und zack, da hat er dann wieder 20% Life verloren. Gut, das war es eigentlich mit dem Achievement, dann schauen wir zum nächsten. Dann kommen wir zum sechsten Erfolg und zwar schimpft sich das einsame Spitze. Für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Und ja, wo kriegen wir das Ei her? Naja, wir sind hier vorm Boss und zwar unterhalb der Treppe, sowohl rechts als auch links, haben wir ein Ei, das wir anklicken können. Und bei dem Ei ist es so, ihr seht, da haben wir es zum Beispiel gerade, das können wir einfach anklicken und das kann ein Spieler aufheben. Wenn ein Spieler das aufhebt, dann hat er das quasi insgesamt 60 Sekunden lang dabei. Und nach 60 Sekunden fliegt es quasi so hoch, wie es hier ist und ein anderer Spieler muss es aufheben. Der gleiche Spieler, der es schon aufgehoben hat, kann es nicht nochmal aufheben innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Minuten, also er kriegt einen Debuff. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ei während dem kompletten Kampf mitnehmen. Wichtig ist, während ihr das Ei trägt, ihr seht schon, der DH flitzt hier wegen Bilder rum, könnt ihr nicht stehen bleiben. Und wenn ihr euch von irgendwas treffen lasst, dann fliegt das Ei hoch und ein anderer Spieler muss es quasi aufheben. Heißt, ihr dürft euch von keinerlei Bodeneffekten treffen lassen und ihr müsst halt auch immer gucken, wenn der Spieler sich versehentlich irgendwo treffen lässt oder quasi die Zeit abläuft, muss irgendein anderer Spieler, der das Ding noch nicht getragen hat, dementsprechend das auffangen. Und das müsst ihr durchziehen bis zum Ende vom Bosskampf. So, dann sind wir jetzt mal hier ein bisschen vorangesprungen. Ihr seht, wir haben hier zwei Leute im Raid, die das Ei haben. Einmal der Evoke und einmal hier der DH. Also ihr könnt rechts und links beide Eier mitnehmen. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt, ihr müsst halt im Endeffekt nur eins durchbringen, habt zwei. Der Nachteil ist, ihr kriegt halt mit mehr Leuten den Debuff. Und ja, das ist halt immer so eine Abwägungssache. Ihr seht, ich habe jetzt gerade hier das Ei aufgesammelt und jetzt kann ich quasi nicht mehr anhalten. Wenn ihr genug quasi Schaden dabei habt, könnt ihr auf Nummer sicher gehen und einfach so wie ich das mache hier hinten rumlaufen. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr euch von nichts erwäschen lasst. Also hier von dieser Feuerbeut, die immer größer wird, da solltet ihr natürlich rausgehen. Von den Bomben solltet ihr euch nicht erwischen lassen. Aber all diese Sachen seht ihr vorher. Und natürlich müsst ihr aufpassen, was auf keinen Fall passieren darf, dass ihr euch von dem Knockback von der Plattform kicken lasst. Weil wenn ihr da runterfliegt, dann ist natürlich das Ei auch weg. Wie gesagt, ihr müsst nicht beide Eier durchbringen, sondern nur eins. Ihr seht, hier wurde ich gerade weggestoßen und dementsprechend ist das Ei runtergefallen. Aber ein anderer Spieler hat es direkt aufgesammelt. Und sobald ihr dann den Boss besiegt habt, während ihr noch ein Ei quasi auf einem Spieler habt, kriegt ihr das Achievement. Dann kommen wir zum siebten Erfolg. Und zwar heißt der Tempo, Tempo, keine Schnecke. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Bezwingt Magmorax in Avaros Schmelztiegel der Schatten auf dem Schwierigkeitsgrad normaler höher, nachdem ihr ihm 20 scharfe Lavaschnecken verfüttert habt. Und ja, wo sind die Lavaschnecken? Naja, ihr seht ja, hier haben wir den Boss in der Mitte. Und hier außenrum in der Lava, in dem kompletten Bereich hier, teilweise auch richtig weit hinten, aber teilweise auch relativ nah, können diese Schnecken quasi in der Lava sein. Die erscheinen erst, wenn ihr den Bosskampf begonnen habt, also wenn ihr gepullt habt. Und ja, was müsst ihr machen? Ihr müsst den Boss am besten erstmal ein bisschen runterhauen. Warum wollt ihr ihn erstmal runterhauen? Jede Schnecke, die ihr verfüttert, erhöht seinen verursachten Schaden um 5%. Das heißt, wenn ihr 20 Schnecken verfüttert, hat er 100% mehr Damage. Und der haut tatsächlich schon ganz gut raus dann. Also selbst im Normal kriegt man da ordentlich auf die Mütze. So, jetzt müsst ihr am besten gucken, das können ein paar Spieler machen oder auch alle, dass ihr im Laufe des Kampfes quasi in die Lava rein springt und dementsprechend euch so eine Schnecke nehmt und die anklickt. Dann, sobald ihr das gemacht habt, ihr seht, ich stimme hier gerade rein. Das ist ein bisschen tricky, die ihr zu erwischen. Klickt die an und dann habe ich so einen Extra-Button unten in der Leiste. Diesen Extra-Button kann ich quasi auf den Boss schmeißen. Und ihr seht, ein paar Leute haben hier schon was draufgeschmissen, zwei Stacks hat er schon und dann kriegt er jetzt schon 10% mehr Schaden. Heißt, deswegen wollen wir das erst relativ am Ende machen. Wichtige kleine Randinformation, wenn ein Spieler stirbt, der eine Schnecke aktuell drauf hat als Buff, dann ist diese Chiefin verkackt. Wenn er die Schnecke schon draufgeschmissen hat und dann stirbt, ist kein Problem. Wenn er stirbt, bevor er eine Schnecke aufgesammelt hat, auch kein Problem. Aber während er die Schnecke dabei hat und stirbt, dann kriegt er nämlich keine neue. Es sind genau 20 in der Lava, dann ist das nämlich fehlgeschlagen. Ihr seht, bei uns ist jetzt hier gerade einer gestorben, der die Schnecke hat. Wenn das euch passiert, dann Boss-Resetten neu machen. Am besten solltet ihr die 20 Stacks draufhaben. Wenn ihr 10-5% von dem Boss habt und dann könnt ihr ihn sicher umhauen, dann klappt das. Dann ist es auch egal, wenn irgendwer stirbt. Sonst habt ihr dann ein bisschen Probleme. Mehr ist es eigentlich nicht. Teilweise sind die ein bisschen tricky zu sehen. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten Achievement. Dann kommen wir zum achten Achievement. Und zwar schimpft sich das, Gegenstände können beim Transport zerbrechen. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Dann bezwingt das Echo von Netharion in Arboros Schmelztiegel der Schatten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Nachdem Spielecharaktere Welle in stellter Erde durchbrochen haben und das abgelaufene Experiment den Stapel mit Schriftrollen, die nimmer brennende Schwarzkerze und den tragbaren Schwarzamboss bei sich tragen. Und ja, das sind jetzt erstmal vier Gegenstände, die wir besorgen müssen, bevor wir das Ganze beginnen können. Und wo sind diese Gegenstände? Ich zeige es euch jetzt mal auf der Map, wo ihr hin müsst. Und zwar, das erste Teil haben wir, oder beziehungsweise müsst ihr es nicht in der Reihenfolge holen, aber wir haben quasi hier oben ein Item, das wir anklicken können. Dann haben wir hier oben ein Item, das wir anklicken können. Dann hier hinten drin haben wir ein Item, das wir anklicken können. Und das letzte ist quasi hier oben. Also da müssen wir jetzt quasi hier durchgehen, hier rum und dann haben wir hier eins. Und ich zeige euch das jetzt auch mal, wie die aussehen. Also ich habe jetzt mit dem Druid mal die Kerze mitgenommen. Und zwar ist das, wo wir hinten durch die Tür gehen müssen. Und das Spezielle liegt jetzt einfach quasi hier hinter den Wagen. Das ist so eine Kerze. Die anderen sind auch etwa genauso groß, also die sind jetzt nicht winzig klein, dass man sie sieht. Die können wir quasi einfach anklicken, mitnehmen. Und alle diese vier Gegenstände müssen wir jetzt zum, ja, vorletzten Boss bringen. Und ja, die können wir quasi auch mit dem Extra-Button hier abstellen, können dann auch andere Spieler aufnehmen. Das wird dann gleich noch im Kampf relevant werden. Sobald ihr dann alle vier Gegenstände gesammelt habt, könnt ihr die einfach quasi mitnehmen und hier im Raum placen. Wir haben die jetzt einfach hier im Raum quasi platziert, diese Sachen. Und werden die jetzt im Laufe des Kampfes aufsammeln und zerstören. Wir können sie immer nur dann zerstören, wenn ein Spieler quasi, der das Item quasi aufgesammelt hat, eine Fähigkeit abkriegt, die auch so eine Wand zerstören würde. Heißt, unter anderem der Tank-Hit geht, so haben es wir auch gespielt, dass der Tank, der jetzt durch die Wand hier geschleudert wird, dementsprechend ein Item aufsammelt. Und sobald die Fähigkeit kommt, wird er durch die Wand geschleudert und dabei wird dann auch das Item zerstört. Ihr solltet immer nur ein Item nacheinander zerstören, denn es gibt dann nochmal extra Schaden, wenn so ein Teil zerstört wird. Also müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Eben habt ihr jetzt auch gerade diese Kreise gesehen. Bei denen ist es ja auch so, dass ihr theoretisch was zerstören könntet mit. Auch damit könnte man diese Gegenstände zerstören. Wie gesagt, wir haben es immer mit dem Tank-Hit gemacht. Das war am angenehmsten. Haben quasi die im Raum verteilt und die nacheinander aufgesammelt. Tank hat es ja immer aufgesammelt, die Dinger. Und hat dann eins nach dem anderen zerstört. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das könnt ihr ja auch in allen möglichen Phasen machen. Das bleibt sich relativ gleich. Ich glaube in der zweiten, wo man quasi mit diesem Geist durch die Wände läuft, da geht es nicht. Aber in der ersten und letzten Phase geht es. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht es am besten in der ersten Phase. Räumt alle vier Dinger weg. Und dann war es das. Übrigens, wenn ihr den Boss gepullt habt und einmal einen Gegenstand zerstört habt, dann spawnen die Teile immer wieder hier in dem Raum. Wenn ihr quasi den Boss einfach so resettet, müsst ihr wieder hochlaufen und die ganzen Teile holen, was nervig ist. Vor allem der Amboss, der Slowed irgendwie habe ich mitbekommen. Da als kleiner Tipp, ein DK hat irgendeine Fähigkeit, dass er nicht komplett runtergeslowed werden kann. Und da macht es Sinn, dass ein DK quasi diesen Amboss ranholt. Genau. Mehr ist es hier vom Achievement nicht. Sonst könnt ihr den Boss ganz normal runterspielen. Und ja, dann schauen wir uns den letzten noch an. Dann kommen wir zum letzten Erfolg. Und zwar haben wir da das Achievement, das werden wir sicher nie wieder erleben. Und dafür müssen wir folgendes machen. Bezwingend schuppen Kommandant Sakareff in Aberos Schmelzziegel der Schatten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr ein Brockenfleisch kultiviert und ihn in die Leere zwischen den Sternen geschleudert habt. Und ja, was müssen wir dafür machen? Als erstes müssen wir uns einen D-Buff-Rust decken. Wie machen wir das? Naja, wenn ihr vom vorletzten Boss runterspringt, landet ihr ja in so einem Pool drin. In diesem Pool, wenn ihr reinspringt, stackt ihr euch einen Buff hoch, wenn ihr einen Ticken runterschwimmt. Also ihr seid dann in dem Pool drin und ihr seht, hier stackt sich ein Buff hoch. Ich empfehle, runterzuspringen, erst den kompletten Trash zu spielen, dann zurückzulaufen mit der kompletten Gruppe, sich in den Pool zu stellen und den Buff hochzustacken. Sobald ihr bei dem Buff, also bei diesem D-Buff, den ihr kriegt, 10 Stacks habt, kriegt ihr einen anderen D-Buff und der hält 10 Minuten, wie ihr seht. Wenn ihr da drüber fahrt, habt ihr insgesamt 30% weniger Leben. Und jetzt ist es so, dass wir einfach den Bosskampf beginnen und die erste Phase spielen müssen, ohne zu sterben. Und in der zweiten Phase kommen wir ja in diese Schattenwelt, Astralwelt, keine Ahnung was das ist. Und in dieser können wir dann den Brocken quasi runterschmeißen. So Dalla, wie ihr seht, haben wir jetzt gerade die erste Phase hier vom Boss gespielt. D-Buff habe ich immer noch drauf. Und sobald er auf 62% hier geht, fängt er ja an abzuhauen und wir stacken uns langsam den D-Buff hoch, um in diese Astralphase zu kommen. Jetzt können wir an den Rand laufen und haben unten einen Extra-Button. Den können wir klicken, dann schmeißen wir quasi den D-Buff runter und haben die Voraussetzung fürs Achievement. Das ist übrigens ein Personal Achievement, heißt, das muss nicht jeder schaffen, solange ihr das schafft, passt es. Heißt, ihr müsst nur die erste Phase überleben und dann dementsprechend den Brocken runterschmeißen. Jetzt spielt ihr den Bosskampf ganz normal runter und sobald ihr den Boss getötet habt, kriegt ihr dann dementsprechend das Achievement und wenn ihr die anderen Erfolge bis jetzt auch geschafft habt, auch noch das Meta-Achievement. Ja, damit sind wir zu Ende mit dem kleinen Meta-Achievement bzw. der Mount Guide. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und auf meinem Kanal vorbeischauen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.